Die 110%-Finanzierung für den Erwerb einer Immobilie. Gibt es das überhaupt noch? Ich bin Kolja Sass, ich bin Geschäftsführer der Bestensberaten GmbH. Wir sind spezialisiert auf Immobilienfinanzierung und auch eines unserer Steckenpferde ist die Finanzierung des Kaufpreises, der Nebenkosten und von Modernisierungsmaßnahmen. Das heißt, unsere Deinemersnehmer brauchen kein Eigenkapital mitbringen, sondern wir finanzieren alles komplett. Nur in letzter Zeit erhalte ich immer wieder die Rückmeldung, das gibt es doch gar nicht mehr, das geht doch gar nicht. Und ich muss sagen, doch, es geht. Wir bieten das nach wie vor an und hier ist das konkrete Beispiel aus dieser Woche. Hier haben wir finanziert den Kauf eines Hauses mit einer Einliegerwohnung, 305.000 haben wir finanziert, 206.000 hat das Haus gekostet, plus Nebenkosten, plus Makler, plus eine Modernisierungsmaßnahme, alles in einem. Und da haben wir natürlich einen entsprechend etwas höheren Zins und eine Rate von 1.800 Euro. Aber hier wird aus der Einliegerwohnung noch 500 Euro Mieteinnahme generiert, bedeutet also für unsere Darlehensnehmer langfristig 1.300 Euro, die sie selbst tragen müssen. Das lohnt sich auf jeden Fall hier das Eigenheim zu erwerben. Deswegen haben sich unsere Darlehensnehmer auch dazu entschieden und haben finanziert Kaufpreis, Nebenkosten und die Modernisierungsmaßnahme, alles als 110% Finanzierung.